Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Ja, ich hab's jetzt hier zur Taverne am Scheideweg gefahren und geschafft. Und wollte auch demnächst rein, wollte mich aber vorher nochmal einen Moment umgucken. Ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Nö, irgendwie nicht. Habe mal das Schwert wegstecken, irgendwie. Oh nein. Ich habe jetzt die letzten Tage Witcher 1 gespielt. Tadam. Ja, ich musste das nämlich noch ein bisschen nachholen. Ach, hier geht's auch rein in die Taverne. Das ist ganz witzig, weil die Taverne sieht genauso aus wie die, die kurz vor Visima ist im ersten Teil, die man da besucht. Weil man in die Hauptstadt nicht reinkommt, weil das hat auch hier so ein Tor und dann ist hier auch die Taverne. Aber diese Gebäude gab's da nicht. Muss ich jetzt gerade dran denken, ja. Gut, ich wollte aber vorher, wie gesagt, erst nochmal gucken, was es hier so noch im Umland gibt. Okay, ich bräuchte einen Schlüssel hierfür. Ja, und ich habe gesehen, das ist beim Einsatz das ganz anders mit den Alchemie-Zutaten. Man muss alle finden und so. Wo wandt ihr denn hin? Weg von mir, oder was? Ja, ist ja gut. Ich verschwind ja. Ähm. Man muss viel mehr finden. Jetzt haben sie echt einiges vereinfacht irgendwie. Ich weiß nicht. Ist fast ein bisschen schade. Eigentlich mag ich es, dass man Zutaten für jeden Drang neu finden muss. Und nicht dieses Gedöns mit dem Auffüllen durch Alkohol und Meditation. Aber naja, gut. Jeder mit einer produzierenden Milchkuh ist verpflichtet, dieses Wochenende nach Krenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der enthält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe. Und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Leute melden, die Milchkuh verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Aha. Hier hören, Weltereien, Leckereien findet, wie zum Tulfest. Also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Malzkringel. Dem widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemand, der von solchen Dingen aß, hat man bisher wiedergesehen. Okay. Das klingt aber danach, als ob da irgendwas sein könnte. Helft uns bei der Bestattung. Kein Stoff, kein Bretter für einen Sarg, wer etwas entbehren kann. Vielleicht können wir da was finden für. Das Ahnen festdrückt, näher geplagt, dass sie nach dem Tod bisher keine Ruhe fanden. Bald werden sie unter uns wandeln, aber wir werden Masken schnitzen. Ach, nehmen wir einfach mal alles mit. Vermisst Mikkel. Ja, ich habe ja den Bruder im letzten Teil nicht gesucht. Und irgendwie habe ich das ein bisschen bereut, weil das kann man nicht nachholen, habe ich jetzt gesehen. Das heißt, ich werde jetzt zukünftig alle Nebengräuze machen, die man irgendwie machen kann. Und ein Flussführer, der mich in meine Familie über den Pontar bringt. Wir sind fünf. Ich, meine Frau, drei Kinder. Die Kinder sind ruhig. Sie weinen und schreien nicht. Sie werden uns nicht den Soldaten verraten. Ich bin nicht reich, gebe aber alles, was ich habe. Ich würde mich auch verschulden und Dienste des Wohltäters treten. Ich tue alles, wenn wir nur aus Wählen herauskommen. Bitte erhöht mein... Erhört mein Besuch. Der vermisste Bruder, genau. Das heißt, wie gesagt, ich mache jetzt mehr Nebenquests. Ich wollte jetzt aber, wenn wir jetzt schon hier sind, in die Taverne auf jeden Fall schon erst nochmal reingucken. Wahrscheinlich sollen wir direkt mit dem Tankwirt auch reden. Ach ja, stimmt ja, der Spion, klar. Das klingt nach Ärger. In-Keyp, Vodka. Wer ist das? Brav Warrior, sieht man. Hat zwei Wäldern, sehen Sie? Oi, Grae Boy. Was ist das Problem mit zwei Wäldern? Ich weiß, ob er ein extra Prick in seinen Wäldern, auch. Du wälder, wälder? Ich weiß, wer bist du? Oder muss ich loschen deine Wäldern mit meinem Knife? Oh, oh. Oh, 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 Scheiße, was mache ich denn? Oh, 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 oh. Ja, kann es bleiben, weitgehend, also zumindest stressfrei. So, also einmal weiterreisen. Aber vorher hören wir uns hier noch ein bisschen um, wenn ich mal an dem Wirt vorbeikommen würde. Was haben wir denn hier? Oh, der hatte einen der Aufträge. Na gut, why not, jetzt sind wir ja schon mal da. Hm. Gut, wir reden aber erst über die Belohnung. So. Machen wir mal einen dezenten Bonus momentan. So viel Geld brauche ich eigentlich noch nicht. 20 Bonus, finde ich okay, von 280 auf 300 aufrunden. Wirklich, das ist zu viel. Ich könnte mein Leben riskieren, Junge. Okay, dann machen wir halt den Grundbetrag. Nicht knausern? Ist das dein Ernst? Na gut. Alles klar. Und ich würde sagen, wir machen die Guests jetzt gleich am Anfang. Und vorher nochmal speichern. Wir machen jetzt mal raus hier. Hm, was? Was? Man kommt da nicht rein. Ja, es sind die Wachen da. Ein Bandit trifft es ganz gut. Hm. Freundliche Banditen, die sogar Essen verteilen. Das sieht man aber auch selten. Na gut. Dann lassen wir mal schauen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah ja, da hoch. Da waren wir ja quasi schon, ne? Das war das hier mit dem Übergang. Ach ja, ich habe die Fragezeichen aktiviert für die nicht erkundeten Orte. Ich hatte letztens die Diskussion mit Bundler, wo denn überall Fragezeichen sein sollen, weil ich denn auf der Karte überhaupt gar keine hatte. Ich hatte das irgendwie standardmäßig deaktiviert. Ähm, ich weiß aber auch noch nicht, ob ich es nicht doch wieder wieder deaktiviere, weil irgendwie so Fragezeichen verleiten mich persönlich dazu, dass ich dann anfange wirklich gar nicht mehr so das Spiel zu beachten, sondern einfach nur noch alles abhaken möchte. Kann ich das mal bitte? Okay, ich kann nicht auf Plötze aufsitzen und Plötze mag lieber in der Taverne sein. Na dann. Ja, ich glaube, ich werde das auch jetzt gerade schnell wieder ausstellen. So, das war... Oh Gott, wo war denn das? Spiel? Tolle Nachrichten lasse ich jetzt wieder aus. Blutscheißdrehen, was immer noch. Aber, äh, ich glaube unter Grafik, genau, unter Anzeige. Exer sind ja auf dem Nika nicht, äh... unentdeckte, interessante Orte, genau. Weg damit. So. Und da gibt's Gegner, hab ich gerade gesehen, oder? Noch ein paar Wölfe. Ich. Na gut, dann nicht. Umso besser, wir müssen ja eh mal ein bisschen ein bisschen los. Da ist ein, ein, oh, ein roter Totenkopf als Symbol oben drüber. Vielleicht ist der Auftrag auch für uns zu schwer. Naja. Ich sollte vielleicht doch nochmal gucken vorher. Das müsste unter Nebenquests zählen. Oder, ach nee, unter Hexeraufträger, natürlich. Empfohlene Stufe 33. Ja, wir sind jetzt Stufe 4. Ich glaube, das ist doch nicht die beste Idee, das zu machen. Okay, damit gehen wir wieder zurück in die Taverne. Thema ist dann abgebrochen. Also, Stufe 4 und Stufe 33, weiß ich, das beißt sich für mich doch etwas. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen, ich bin eigentlich ein bisschen forsch, was das Thema angeht und es juckt mir auch in den Fingern, es zu probieren, aber nachdem ich an Stufe 10 Gegner schon gescheitert bin, ja, vielleicht nicht die Bersedie. Hm. Great change. So. Ähm, ich wollte eigentlich noch fragen, ob der Gwyn spielt. Das tut er aber gar nicht. Oh, wir könnten noch ein bisschen was über den Baronen Erfahrung bringen. Bloody Baron. How'd he get that moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a Dye Works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out, but the Baron's a nasty one, attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive. But one of his blokes knocked over a vat of red dye. It all ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood. That the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm. But far fewer heard that story. Ja, das ist witzig. Naja, gut. Grausam Ruf, den er quasi verdient hat, aber nicht von der Aktion. Und. No dann. Wollen wir noch was trinken? Ich würde also mal schauen, ob ich irgendwie noch was brauchen kann. Oh, der hat Quintkarten. Hm. Wir sind ja momentan gar nicht so arm tatsächlich, ne? Verlagerung. Wie genau kann man die denn angucken? Verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten. Diese Reihe. Das wäre doch zum Beispiel schon mal nicht schlecht. Enge Bindungen, wie diese Karten immer andere binden. Ne, das war doof. Das haben wir schon. Drei zufällig ausgewählte Karten aus der Hand deines Gegners. Ne, das finde ich auch irgendwie nicht so. Ah, geht es eigentlich immer nach rechts weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, aber die hier, die kaufen wir jetzt mal. Genau. Und ich glaube, Alkohol und Kram haben wir persönlich gerade genug. Weil alle rauen Likör und sowas haben wir glaube ich noch nicht. Wenn ich das richtig sehe. Läuft das und der andere Gegenstand an der Alchemie und Handwerk beziehungsweise unternützlich ist dann eher nie, haben wir noch nicht. Könnten wir aber verbrauchen, nehme ich an. Ach, teuer ist der Kram. Ne, das lassen wir jetzt erst mal lieber noch mal zu einem Schmied wegen wegen unserer Rüstung beziehungsweise ob wir vielleicht was besseres finden. Sollen wir noch mal mit dem mit dem Banditen reden? Ne, das ich glaube, das mache ich besser nicht. Das führt nur zu Streit. Okay, dann schaue ich jetzt mal wegen dem anderen Auftrag. Ne, das müsste ich jetzt ins Inventar glaube ich und das erst noch mal le... Ne, ich habe es ja gelesen. Das wäre ja schwachsinnig. Aushang am schwarzen Brett. Yennifers Brief. Ja, den habe ich schon gel... Ach Gott, ich wollte ja auch noch mal den Brief lesen, den ich bei bei Yennifer ähm Dings gefunden habe. Genau, den Brief an Yennifer. Yennifer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megascope zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du deine eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast. Wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Amirs Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen noch eine Einigung hinsichtlich der Lage möglich. Um deine erste Frage zu antworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Jaguar aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen, ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegen, nach Kovir zu fliehen, doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Traktraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Visima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Birklaire bemühen. Wärmsten Grüßen Ringila Figo. Okay, die kenne ich noch nicht durch die Bücher, soweit bin ich noch nicht. Danke für die Neuigkeit über Gerhard, der landet auch immer irgendwo auf den Füßen, nicht wahr? Wahrscheinlich hatte ich mit der auch schon mal was, also beziehungsweise Gerhard hatte mit er was. Okay, ähm, der, das ist der, das war der, wo war denn der jetzt her? Okay, egal, eigentlich wollte ich noch mal wegen dem Auftrag gucken, mit dem ich da sprechen muss. Teufel, beim Brunnen, den habe ich doch schon längst. Den habe ich doch schon längst erledigt, den könnte ich eigentlich mal wegwerfen oder verkaufen. Eigentlich, dass man das ja, vermisst Mikkel, Mikkel, aber da war doch noch irgendwas anderes, oder? Das mit dem, mit dem Übersu, Ufer führen. Na gut, scheinbar nicht, wir können aber hier noch mal schauen. Wildes Her, als wenn Geld durch die schattigen, da haben wir uns nie eine Hilfe bei, gefallen. Wo habe ich denn das her? Äh, okay, falsche Papiere, ach so, das habe ich schon gesehen, aber das hier, Empfohlen Stufe 7, können wir machen, es ist grün markiert, finde ich gut. Mal nur schauen, wie weit ist denn das weg und vor allen Dingen, wo? Äh, au, ganz da unten, im Hinterland, dann machen wir doch mal einen Umweg über diese Befestung hier, würde ich mal sagen, da können wir dort noch mal ein paar Aufträge entgegennehmen. Ja, ich würde gerne Level 5, also Stufe 5 erreichen, bevor es dann wirklich, wirklich, ähm, weitergeht. Okay, ich kann plötzlich noch nicht rufen. Wahrscheinlich ist es auch das da hinten. Und vor allen Dingen würde ich jetzt gerne auch mal einen Schmied finden, wenn wir schon dabei sind. Bevor wir hier wieder sang- und klanglos draufgehen. So, da oben, das ist das, wo ich wahrscheinlich gerade hin will. Da hätte mir plötzlich jetzt auf dem Weg sowieso nicht wirklich geholfen. Hm, gut, zwei Zahnblüte. Noch ist es wenigstens hell. Sonst sehe ich nämlich bei den derzeitigen schönen Sonnenscheinen draußen auch nicht nichts mehr auf dem Bildschirm. Ist bei euch auch so schönes Wetter. Ich fühle mich ja dann doch immer schlecht, wenn ich, wenn ich tagsüber mal spiele. Weil man könnte ja auch rausgehen. So, was war das noch gleich für ein Zeichen? Ein Ghoul. Nest. Na gut. Solange es nur Level 9 Ghoul sind, so what. Vor allen Dingen, solange es nur einer ist, dann so what. Ist er jetzt schon tot? Tatsächlich. Ghoul Blut, sehr schön. Ähm, ich habe übrigens auch rausgefunden, wegen dem... So, ich muss mal zwischen sprechen. Wegen dem Hauptmann, den ich jetzt das mal nicht mehr gefunden habe. scheinbar, ähm, verschwindet der... Also ist der Schlüssel tatsächlich bei dem? Ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte da genau das gleiche Problem wie ich. Und das ist ziemlich ätzend. Also ich hoffe mal, das wird vielleicht bei irgendeinem Patch nochmal gefixt, dass sie dann wieder auftauchen. Oder es ist schon gefixt und ich muss einfach irgendwann später nochmal kommen. da 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 da. Oh, jetzt ist mein Schwert auch noch rot. Er verzieht sich gerade, das weiß ich nicht verziehen. Oh oh. Okay, vielleicht sollten wir doch nochmal einen Trank nehmen. Oh man, ich liebe diese Musik einfach. Ich sollte den ganzen Tag kämpfen, nur damit die Mucke läuft. Wow, jetzt sind schon drei. Ja, da ist ein Nest. Das merkt man. Und ich habe keine Schwalbe mehr, das ist sehr schlecht. Vor allen Dingen zwei ist schlecht. Zwei ist super schlecht. Ich hasse das ja, wenn einer hinter mir ist. Ja, genau deshalb. Aber ich glaube, sie sind machbar. Das sage ich ja immer und dann sterbe ich. Nein, 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 nein. Rumpen habe ich halt leider auch keine mehr. So kommt ihr mir nicht davon. Oh. Kamera, geh mit. Zack, auch noch einer. So, einen einen kriegen wir doch wohl noch hin. Und der sich nicht heilen würde. So. Sehr schön, dass es sogar auf Anhieb funktioniert. Ich fasse es nicht. Irgendwas habe ich richtig gemacht. So, entsprechend habe ich gerade davon gesprochen, dass es hell wird und schon fängt es an zu gewittern. Misses Wetter. Ein Monsterohr, na dann. Mal schauen. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wofür ich das jetzt baue. Äh, wie ich das zerstöre. Okay, wahrscheinlich, ich glaube, das war mit einer Bombe. Auf der Seite. Ohne Kohle. Dann hat der Sturm. Ja, ja, du musst es zerstören. Ich habe es verstanden, Gerhard. Man fragt sich jetzt nur mal, wie. Ich will ja gerade noch mal ans Inventar gucken. Jetzt geht es ja Alchemie. Welche dieser Bomben waren denn dafür geeignet? Zerstört Monsterneste. Perfekt. Das können wir doch mal herstellen. Und dann kann ich mal hier ausrüsten. Kann ich das nicht? Doch, kann ich so. Und jetzt können wir hier Blended Kegner. Okay, merken wir uns das. Kann ich aber nicht. Also ich muss es quasi treffen. Aber das hier ist das Ghoulnest, oder? Ja. Okay. Ta-tum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020